Die Bahnbrücken über der Uelzener Bahnhofstraße bzw. über der Sternstraße sind in die Jahre gekommen. Und so hat die Bahn binnen der nächsten fünf Jahre eine Sanierung angekündigt. Was jedoch im ersten Moment gut klingt, hat für die Stadt Uelzen einen Pferdefuß. Denn die Bahn saniert die Brücken 1 zu 1. Heißt, der Neubau wird in den Ausmaßen identisch mit dem alten Bauwerk sein. Und genau da liegt für die Uelzener der Hase im Pfeffer. Warum, lesen Sie morgen in ihrer AZ. Die Kurstadt Bad Bebensinn wird zur Baustelle. Ab Oktober wird die Hauptverkehrsader der Stadt, die Landesstraße 252, saniert. Autofahrer und Anlieger werden dann auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Denn knapp zwei Monate müssen sie aufgrund der Arbeiten an der Demminger Allee, Gördestraße und Röbbeler Straße mit Behinderung rechnen. Alle Details zur Baustelle lesen Sie morgen. Ab Mitte des kommenden Jahres werden bislang im Landkreis Uelzen mit geringen Internetbandbreiten ausgestattete Gebiete schrittweise mit Glasfasertechnik ausgestattet. Zum Ende 2016 sollen dann Einwohner erster Dörfer, sofern sie dies möchten, mit mindestens 30 Mbit durch die digitale Welt bewegen können. Alle Infos dazu ebenfalls morgen. Wir werfen einen Blick auf das Wetter. Heißluft aus Spanien flutet morgen den Landkreis Uelzen. Nur wenige Wochen dekorieren den Himmel und die intensive Sonne treibt das Thermometer auf bis zu 32 Grad. Im Tagesverlauf sorgt ein kleines Gewittertief aus Südwesten für leichte Unruhe. In der meist klaren Nacht geht es bis 15 Grad runter. Das war's mit RZTV für den heutigen Donnerstag. Wir sagen Tschüss und bis morgen.